Ein großer Teil der Apotheken in Deutschland bleibt heute geschlossen. Die Branche protestiert damit unter anderem gegen die Gesundheitspolitik der Regierung. Verbände beklagen Personalnot und einen höheren Aufwand, um Medikamente zu beschaffen, die von Lieferengpässen betroffen sind. Zudem fordern sie, eine Beratungspauschale für rezeptpflichtige Medikamente zu erhöhen. Dieses Honorar sei seit zehn Jahren nicht angehoben worden. Die Arzneimittelversorgung soll heute durch Notdienstapotheken gesichert werden. Die Zahl der weltweit geflüchteten Menschen hat einen neuen Höchststand erreicht. Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR spricht in seinem neuen Jahresbericht von etwa 110 Millionen. Das sind 19 Millionen mehr als noch vor einem Jahr. Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge Grandi nannte als Gründe unter anderem Konflikte wie den Krieg in der Ukraine, den Bürgerkrieg in Syrien, aber auch die Folgen des Klimawandels. Die meisten würden demnach in ärmere Länder fliehen.